Es geht irgendwie nicht töten. Okay, ich hab'n 200, hab'n'n Läger. Ah, Läger. Die sind eigentlich so scheit... Warte, lass' den D-Gank, lass' den D-Gank, lass' den D-Gank. Ah, ne, der ist wieder da. Ich hab'n 2-E-1 müssen, Läger. Wenn wir einmal... So? Ey, D-Ga, du bist für dich die ganze Zeit am Spray'n, Läger. Sorry. Oh, Läger, wenn wir nach dem Läger nicht gesprayt haben, dann hast' die ganze Zeit ein Mini-Mini-Gank. Ey, du musst doch scheiße, D-Ga, sei leise. Was? Äh, einmal! Einmal, D-Ga. Ganz gut, D-Ga. Man,Boci-Minary-Gank. Há, D-Ga. Jäser... Und zwar. Einmal, D-Ga. Äh, ich hab'n Viss. Ich hab'n Viss. Es geht'n Viss. Einmal, sich Saal, sie? Ich hab'n Viss. Jäser... Entschuldigung, wie ich... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achtung! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's. Supply drop arrives in 5, 4, 3, 2, 1. Ja, das hieß hier gegen mich. Ich hab nicht mal Waffen, Digga. Das ist echt ein Schindiger. Ich hab's noch geschehen, Digga. Daniel, schimm dich. Die Fresse! Die Fresse! Ich bin der Zeit, ich bin der Zeit, ich bin der Zeit, ich bin der Zeit. Macaroni, sei leise, dich. Ey Daniel, ich schwöre, bitte sei leise, dich. Sei leise, bitte. Das ist schon wichtig. Wie sollst du diesen Kackskin an, dich? Ja, aber niemand träumt mit Renegade Braiders. Irgendwann start-up, nein nicht start-up, dieser. Ja, sicher, okay, egal, ist mir jetzt egal, digga. Ja, nur der ist sweaty, der ist sweaty-skin. Komm, tu na. Tu na. Der ist fast so wichtig rein. Havoc. Okay, okay, chill. Wenn wir mit Trap haben. Pro, aber ey, wenn ich mit Trap sterbe, dann spiel ich nie mit. Digga, Trap ist die schlimmste Dinge, das je geendet wurde. Roblox. Du kannst ihn vielleicht finishen, dann geht es. Vielleicht. Roblox. Mach, mach, ich halte, ich halte. Mach, ich halte. Mach, ich halte. Mach, ich halte. Mach, ich halte. Doch, vielleicht hast du jetzt doch nichts. Ich halte nicht raus. Komm. Komm, 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 komm. Hier. Ich hab sie gezogen. Ja, dann heißt es wahrscheinlich, dass man sie keinen nicht schocken kann. Hast du einen Hit? Aber ist er eigentlich gut oder trash? Ich verstehe es nicht. Geht so. Was? Ich muss dann immer zwei gegen eins. Ich wurde gehittet. Na, ich hab keinen Bock. Mein Aim. Ich hab... Hätte ich ihn grad jeden Schuss getroffen, dann hätte ich ihn gekillt. Ich hab die Gesendung nicht gekriegt, dann ist er ein Freund hier. Ich hab die Gesendung nicht gekriegt, dann ist er ein Freund hier. Er hat drei HP. Oh, das nicht... Ah nein. Nein, nein, doch nichts. Gut. Ich hab... Ich hab... Snap, Reefer. Ich müsste... Trinken. Ich renne rein und nimm seinen Fisch. Oh. Ich noch vergiss das, wie mich bleibt. Und wie kann man so dumm sein, dass man sich öffnet? Bro, da drückt man. Ich will mich im Lauf, ich will auch sehen, wie er spielt. Er ist 3 HP. Er hielt sich jetzt aber nahe, ja, ich hab ihn zu 3 HP getan. Ich hab ihn 130 gegeben, dann noch zweimal mit AR. Ich hab ihn 130 gegeben, dann noch zweimal mit AR. Aber er hat mich gefinischt und um sich gehielt. Dead. Dead, dead, alle dead. Gute Action. Nee. Dead. Der ist zu lieb. Aber, hä? Ich hab ihn wirklich einmal. Du hast ihn geblieben verloren. Coache mich mal, was soll ich machen? Ja, dann mach die doch die Treppe kaputt, dann sterbe ich bei ihm. Sein Teammate ist weg, Digger. Ich hab ihn schon rein gefahren. Okay. Hehehe. Sein Teammate hat geliebt. Hat mich gehittet. Jo, jo, jo. H8 Trapier. Skipper nicht? Ja. Ja? Der chillt in der Box. Habt ihr eine Wall? Doch. Der hat Dwarf gegen ihn verloren. Digga, stell dir vor, der verliert die Rüge. Ich meine, wir verlieren die Rüge. Was für Freunde, ich bin alleine. Wetter. Wie? 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 Hopp, hopp, hopp! Was ist schon gut? Okay. Dumm. Ey, er liebt, er liebt, er liebt. Shit. Was? Er ist krank, er ist krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Mein Name ist so krank. On mich. Ich bin krank. Halt. Schmerzen. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. aber du hast den ab hauptsache gekillt aber du hast ihn abgestockt Ich hab ihn 3600 mal mit AR gefordert Wunderstuhl Ehm, rematch? Wer ist denn so mutig? Ey, lass den... Lass Havard, bitte okay okay ich komme in die nein 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 okay aber ich habe nicht gewartet das war jetzt eher aber dann habe ich dann bin ich in links eine andere aber halt ohne fall hast du Angst gegen die zu spielen ja ich hab halt nicht so guten aim und ich stutz halt nicht in mein leben doch ich weiß dass es nur ein spiel ist und ich versuche Spaß zu haben, nicht so wie du, Digga second action wo viel fange ich will ich will nicht spielen das ist kein HP aber für mich ist auch ich bin alle meine beins ich edite mit f mit wasser sieht hier vorkmaus ich kacke Ich treffe ihn nicht! Halt doch deine Chance, Digga! Ich versuche Spaß zu haben, wenn du... Versuche Spaß zu haben, Digga! Ich werde mich das in Ruhe! Ja, was ist denn? Box! Dein Tunel ist gut gelieft, ist immer leid! Ja, ganz einfach, es steht viel zu eins, so hart! Digga, geh mal einen Job suchen, Digga! Wie alt ist das? Schnell fliegen! Geh mal einen Job suchen, Digga! Ja, was ist das, Digga! Was ist das, was ist das? Ich hab' die Hand zu spielen, Digga! Die Hand zu spielen, Digga! Welche Code ist die? So, also ich weiß nicht wie du, weil für mich ist es besser mit Dings zu enden, wie mit F. Deine Key Bands brauchen ich nicht. Hat er dich nicht als erstes gefilmt? Also, wo? Ja, ja. Und wieso gehst du zur Welt hin? Ja. 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 Oh, 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 oh! Oh! Halt' die Verse mit der Rind! Oh, ich hab' der Rind hat, Gero! Ab, roll! Long-Rill! Ochie. Der 200-200! 200, Elias! 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 Weg! Elias! Ja, der ist 80. Elias! Elias! Weg! Elias! Hihi, Elias! Aber jemand geht jetzt zu diesem Elias. Was für ein Trap, ihr kleinen Kinder? Daniel, vier und zwei gegen die anderen zwei, okay? So, vier und zwei gegen die anderen zwei, okay? Das ist ja einfach scheiße, ihr merkt das nicht. Ich will mit anhalten. Geh doch, Marsch! Doch, du bist so ein fetter Ruhe! Okay, ich mach mit Traps, aber dann sterbe ich heute. Elias! Elias! Und dann, Herr, wie er heißt, vier Frauen kommen? Keine Ahnung. Oh, Entstehung. Ich glaub, so heißt er. Ja, machst du denn die Mastenlese? Ich hab Hosen-Söße drin. Oh, ja. Dich gar nicht! Oh, den, den, den. Ach, der,cker! Oh, der, der, der. Ich nehm zurück! Ich nehm zurück! Ich nehm zurück. Ich nehm zurück! er ist noch gar nicht der Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, das Kinn. Nein. Mein Gott. Ich bin nicht in der Reibe. Ich bin nicht in der Reibe. 1.3, 1.1 AP Yo Was macht der? Ilios, 1.0 AP Ja, der hier ist jetzt nicht hin, das hab ich noch nicht hin Da hat er Wir haben nicht gefilgt, da hat 50 AP oder so Ja, die, die meine Pumpe macht 38 Aber dann hab ich Pumpe genommen hier ist es wieder er wollte die Erkrankung Prozent Prozent ich dachte so bei der BG Prozent mein Gott das ist kein Problem dass die Schleser an oh mein gott du hast du mir in den Bauch gerissen wie du es kannst du mir den Fisch geben ja und du bist gut gib mal Fisch bitte Elias, gib mal Fisch bitte noch hinterhin gehen ja, Digga, ich kann dir nicht tun, ich kann nicht wissen nein, der kann eh nicht das ist eine Rolle ich dachte, das wäre deine Mann, ich wollte sie resetten sei mal leise, Daniel Digga, ne Quack jetzt rein Warte, kurz Pause mich nicht in der Omi, hab gefallet ja, irgendwo rein müssen ich komm jetzt rein Quack Quack ich hab einen 33er ich bin dann ich bin voll Happy auf sind du 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 BING BING Ich kann sie hin Ich bin der Mann Ich bin der Mann Ich bin der Mann ist es seine deine eine ja das gibt die deine 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 eine einer der 3 sie fahr von dir genau der der 3 der 3 Also 390 oder so. Gut, gut, gut. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, klar. Hä? Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn gemacht, den mit Gelb. Aber jetzt wer dich gefällt. Das Solo. Der ist 157. Na, der hat nicht gefällt. Und sie 100 HP oder so hat er. Keine Ahnung. Einfach runter. Jo. 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 Boah. Ist fair auf ihn. Ja. Jo. Ich werd grad was machen. Set. Jo. 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 Ich find's gut. Ich find's gut. Ich glaub ich. Set. Ich wollte nur rückwimmen. Oh ne. Eine P. Set. Ich werd's. Oh ne. Ja. Oh. Halt ihr euch. Halt ihr euch. Guck an! 150! Okay, step! Ja, die ist immer leise, Digga! Bei mir war dieser andere Typ, Digga! Ja, ja, ich kann nicht alles! Wer ging wehen? Aber lass bitte ohne fallen! Oh, hartig! Wer ging wehen jetzt? Ja, ich kann ehrlich wieder gegen Wundern gelaufen! Ich kann nicht mehr wehen! Ich kann euch nicht mehr wehen! Sie müssen doch nicht mehr wehen! Wie geht es zum? Wer ist, du bist, du bist! wieso bist du nicht vorhanden gegangen so hättest du nicht geworfen ich kann jetzt hier nicht ich kann nicht hier nicht hin lassen weg dich da ich heil mich eine hit oder so nein leise das heißt so geschützt ich war doch wegen volle 100 200 200 200 200 200 jetzt keine ahnung wie viel jetzt keine ahnung wie viel macht an der seite ich kann nicht sie ist blau aber sie geht nicht halt doch den maul crack 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 weg der kann doch nicht da weg nicht weg 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 wir sind so ein geiles du team weg weg Ich schwemm so. Okay, jetzt. Hier. In der Box. Ich halte. Okay. Weg. Eine Weh, eine Weh, eine Weh, eine Weh. Ja, schade. In deiner Box. Komm von da. Ja, okay, okay. Check. Check. So easy. Ja, ich hatte drei HP. Daniel, ich hatte drei HP. Weil er hat mich so nahe gekämpft. Quack! Was ist mit diesem Digger? Ja. 100! 200! Was ist mit dem hier nochmal? 100! 200! 100! 100! 100! 100! 100! 100%, Es soll es nicht sein. Wann ist einfach das Gleiche mit dein. Quack... Ja, wie geht es denn dann noch? Benutzte? Der benutze... Der... Der soll mal, sag einem dummen Kollegen, der soll mal seine Pump benutzen. Der hat gerade nicht mal seine Pump. Das hat doch mal deine Pump! Ich habe so leid, wünscht mal deine Puppe! 30 ich habe es geschafft ich bin ich kurz chill ja das war ja auch absolut easy Jürgen, ich nehme meine Pumpe und dann schaue ich mal her. Der Gelbe, der spielt nicht nur mit Pumpe. Aber dein Freund, der spielt nicht nur. Der benutzt nie seine Pumpe. Das war wieder easy. Komm wieder zum... Ich geh trap. Aber wenn, wenn, ich, ich bin trap gegangen. Schau, ich geh trap. Aber ich mach das wieder. Aber ich hoff... Nein, Digger sind nicht dran gegangen. Ja, endlich hast du mal gecheckt, was gut ist und was schlecht ist. Jack, dead. Jack, dead. Ey, wir sind so das geile Du-Team. Crack! Hä, wieso bist du afk? Ja, ich wollte zuediten. Ich hätte gedacht, ich will Double Pop machen. Also ich nehm zwei. Hört doch auf, Digger. Wenn du hüpfeln kannst du nicht... kann ich... Jack! Äh, 128. 128. Der heilt sich. Der, der, der... der hat nicht einmal auf, Digger. Der soll nicht so eine Pumpe nutzen. Boah, Scheiße. Fast. Die Ausnahme der Genie. Ich geh' da, der, 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 der hat nicht einmal auf, Digger. Der, der, der... Der, 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 der... Der, der, der... Der, der, der... Der, der, der... Okay! Nein, 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 nein. Mein Gott, ich mach' wirklich lange, okay. Jo, du auch. Komme ihn hier. Ich hab' ihn 128. Ach, aber bemerkt. Finch den, finch den. Nein? Kannst du mir, ich hab' Fisch, alles. Aber der ist ein Trap, da musst du aufpassen. Nein. Uh, ein Freund. Ich lau' dir nein. Oh. Nein. Das ist nur wegen deinen Kollegen, weil der halt so gut ist. Und der... Okay, das... Der ist ein HP. Vertrau mir. Der ist ein HP. Ja, okay, jetzt ist... Das ist ein ziemlich weg. Was wirst du jetzt machen, Idios? Okay, ich... Ja. Ja, der... Sch... Digga, Daniel, kannst du mal... Nicht ein Wixer. Kannst du bitte nicht ein Wixer sein, Digga? Halt doch deine Schmutz. Wieso? Was hast du mit Problemen wieder? Ja? 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 Ja. 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 Ja, weil dort eine Kone ist, ne? Wieso soll ich den Locken holen, bitte? Ja, ja, er ist nur ein Kone. Ja, ich nicht, Digga. Er will mit Fallen spielen, Digga, lass mich. Ja, ich will jetzt mal auf keinen Fallen, Digga. Ich hab's nicht gesehen, keine Ahnung. Ah, okay. Äh, 64. Wir lassen 64. Ja, was, was, ich hab grad nicht gehört, Digga. Ich hab ihn auch 128. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo! Ey, ja, wirklich, lass mal, ey, Daniel, lass mal wirklich gegen ihn in Tavok oder so. Weil angeblich, angeblich, er wird uns, äh, besiegen, wenn er, und, wenn wir ohne Fallen spielen, okay? Ja, okay. Ja, okay, ja, das ist nicht. Lass, ey, Daniel, lass mich drüber gehen. Ey, äh, warte. Ja, dann geh halt. Äh, ich weiß nicht, wie du ihn nicht hörst. Dann ja, aber jetzt ohne Waffe, ohne Fallen, ohne Fallen, hör auf, ohne Fallen. Oh, wir machen es ohne Fallen, wir machen ohne Fallen. Okay, okay, lass versuch, äh, lass ich und, äh, er gegen dich. Ich weiß aber nicht. Ilias! Ich habe auch kein Besse, hui, hui. So, ey, kannst du eigentlich den Daniel hören? ich habe Die Handkrieg, Daniel! Da hat ihn so... ...hat ich hier jetzt. Yo! 200. Ja okay, ich kann wegen ihm nicht erst gut aus. Oh shit! Er ist rein! Yo!